aus moskau der wettkampf beginnt mit ekaterina sabo und einer viel zu lauten musik doppel saldo gestreckt gebückt mit ganzer drehung sie ist die titelverteidigerin an diesem gerät und olympiasiegerin von los angelis aber sie wird schwer haben weil du mit anderthalbacher drehung noch einmal und saldo vorwärts schöne sprung letzte band doppel saldo ekaterina sabo aus rumänien war dies ihr letzter auftritt bei einer großen internationalen kunstveranstaltung ich fürchte ja die zeit ist vorbei für sie die jungen wie man eben am schwebebalken gesehen hat drängen nach vorne diese mittlere bahn mit diesen zwei salty mit anderthalbfachen drehungen und nach dem zweiten sofort angeschlossenen salto vorwärts kathie sabo war schon mit zwölf jahren junioren europameisterin zweimal hintereinander dann stieg sie in die absolute weltklasse vor ihre wertung 9,875 und